der anfang er lacht ich sehe das hinter der Kamera Dance Party ich hab so einen Malherleger der ist richtig geil drauf wenn einer Problem mit dem anderen hat Junge! Problem mit dem Amina! Amina nicht Amina nicht, aber jetzt auf meine Art Junge! Problem mit dem Amina! Komm jetzt her! Komm her Amina! So und dann redet der so Junge! Das ist ein Problem mit dem Amina also Amina jetzt nicht aber Junge, schrisch, schrisch! So, da redet die so und ich so Junge! Und ich so in meinen Kopf Junge, was geht denn vor? Deine Dummheit, Ende! So, und ich so Das kann man besser machen Amina! Amina, komm, bin ich dumm! Ich bin zufrieden! Ich geh auf Platz, ey! Da kommt ein anderer Besuch, ne? Von der alten Schule, so einer Art Also alte Schüler von Isi und die Schüler kommen, die so rein und sagen, hallo, ne? Und dann gehen sie Währendessen, sie hallo Nein, Luka, warte, warte Währendessen, sie hallo sagen, macht Luka wieder Dummheiten Hahaha! Weißt du? Und sie sagen, hallo, wie geht's euch? Und so, warte, keine Ahnung, blablabla Scheiße! Es ist... Tokio Ghoul Was es auch ist Ja! Ich weiß noch nicht, was es ist Ja, das ist ein Anime Da kommt noch ein Bild Da kommt niemand Da kommt noch ein Typ Da kommt noch ein Bild Da sag ich Das ist Death Note Nein! Das ist Bleach Und nicht so Alter, halt das Ich käme nicht mit Anime aus, aber halt dein Maul Hahaha! Was ist denn was denn schön gemacht? Hahaha! Hahaha! Jetzt nicht! Wir sind mitten in deinem Video Hahaha! Ja! Oh, es schon! Oh, lecker! Hahaha! 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 Da sehen sie einen Behinderten-Sposs äh, Dummheiten machen Hahaha! Oder wie er schauspielt Oder wie er ausflippt Ach nein, das ist die Marionette Das ist eine dubbel Sprache Das ist eine dubbel Sprache Das ist eine dubbel Sprache Oh, junge, das ist eine Oh, Junge Schnauze Ja, wenn wir... Hahaha! Okay, wir haben eine wichtige Hahaha! Wir haben eine wichtige Tradition Wir haben eine wichtige Tradition vergessen Wir haben eine wichtige Tradition vergessen Ja! Wo es in diesem Hügel springen und den Füß wie Werfen Okay! Video Ende! Okay! Da-dam! Hi! Hahaha! Hahaha! Das hast du mit dem ersten Teil und den zweiten Hahaha! Ich spring! Okay! Okay, bring dich doch gleichzeitig um! Nein, warte! Falsches Script! Hahaha! Das ist... Das war die brutale Version, dass du stirbst Hahaha! Er knippt den Berg! Erste Sekunde! Ahhhh! Ich hab das nicht gesehen, ne? Und wenn du nicht aufpasst, dann zieht das hier runter! Nice! Das macht Bobe! Das macht Bobe! Oh Gott! Ein Jahr später! Ich bin angekommen! Zwei Jahre später! Zwei Jahre später! Oh! Ich hab's... Oh! 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 Du bist so! Ich bin nicht schiefst! Ein bisschen! Ich bin Brothers! Ah! Stell dir die Bedingung hier mal was? Ich bin ja, ich bin niemalskeyst! Oh das nicht! Wenn ich gehe auf etwas, wo bin, das führt? Oh! Oh Gott! wie geht es ich bin auf die Schnauze gegangen oh, er hat sie nicht mehr alle hahaha hat man es jetzt nicht gehört hat, hat gesagt, wenn er dass er sein Fuß gebrochen hat oh Gott Alter, die rollt Junge, die ist weit gerollt die ist da den Berg runterkommt, bis dahin lecker und jetzt noch diese Seite vom Berg runterrollen oh nein, nicht schon wieder ich hasse die das heißt man kann sich da runterstoßen ui ja, stimmt also wenn du es nicht auf mich setzt ui, el die frisst nach vorne friss Schnee und Regen rom 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 du bist Pac-Man probier mal was was Neues DAS NICHT DAS DEFINITIV NICHT DAS NEIN DAS ich wollte grad oh, das fänden sie aus ok, Ende ha 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 ach so, schaff auf das fänden das fänden wir auch aus ha 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 oh Junge oh, die ist weit gold wenigstens die hink für so schießen dann nach dort was sie das machen darf du willst du mal filmen, damit du die Aufnahme wenden kannst ha 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 aaaah willst du nicht die Kamera nehmen? da kann ich weil du meinten machen ich war nicht so oft vor kamera in diesen vlogs ich bin ich die nütze um mich ja nicht um dich der schleichwerbung nicht kaufen ja so wollte ich ja das Ding ja man hat es aber gar nicht also ich weiß nicht vielleicht erwartet Junge Schnauze ich glaube er hat sie gehört aber der die Friesbys gegen diesen Pfosten hier geflogen leider hat man es hat ihn und der Leider habe ich dies nicht auf Aufnahme aber das hier dieser und das liegt definitiv ich helfe dir auf Fuß gut gemacht und jetzt hier runterfliegen und sein Bein brechen in dem du mal die kamera du musst auch mal ich muss auch mal scheiße machen da sieht er wieder und der sich mehr das hätte ich das spiel dann musst du die video auf ausmachen tschüss nein alter Junge Junge mach mal echt bringt jetzt nicht aber ich mache so weiste junge alter das ist dann dann nennen die das kaputt ich hoffe ich war nicht spiele tschüssi nein die schnitt auch da läuft noch hier alter super frisch gegen bom wer gewinnt baum warum ist es wicke blieb bei bom habe ich auf kamera um der rauf kann man nichts mehr machen ich bin noch das mal auf diese mal rein da bin ich neun minuten da hat er fliegt da rein so jetzt kommt die kamera da wird die schön noch